Schönen guten Nachmittag, Florian. Seit wann rufen eure Türen so leisig? Ich habe immer gemerkt, dass sie rufen. Ja, die ist eigentlich auch laut, aber heute war der Künstler Peter Konradin Zumtho bei uns, der mit dem Lucerne-Festival ein Glockenmusikprojekt hat. Dabei tut er die Glockenklänge verändern und da konnte er nicht an sich halten, hat nicht nur die oben auf dem Turm, wie auch bei der Jesüdenkirche, der Matthäuskirche, der Hofkirche verändert, sondern auch unser kleines Hausglöckli hat er auch verändert und deshalb klingt es jetzt ein bisschen anders. Es lohnt sich, das sich anzuhören, das kann man Montag, Dienstag, Mittwoch, Abend und sich da über das Lucerne-Festival anmelden. Und wir haben dokumenisch mit der Kollegin Eva Brandin auch einen kleinen spirituellen Impuls dazu gemacht, der bald auf diesem Kanal zu sehen sein wird. Ich glaube, es lohnt sich.